Was ist denn lauter? Weil ich eine gute laute Stimme habe, denke ich jetzt auch. Ich bin lauter. Genau, so lauter Stimme. Und, ähm... Aber das hat sich einfach anders. So nah, wie möglich jetzt. Ja, war schon. Und wenn wir das machen, dann fahren wir jetzt mit der U-Bahn. Wo ich ein blödes Gefühl habe, wenn der Bahn dasteht, aber naja. Untertitelung im Auftrag von Funk Das war's. 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 Das war's.